Alexander Mörsdorf, selbsternannter Geopathologe, behauptet unterirdische Wasser- und Stromleitungen orten zu können. Ich bin gelernter Straßbauer und habe das gelernt in meiner Lehre von einem alten Portugiesen. Und jetzt habe ich das Rohr erfasst und jetzt kann ich dem Rohr auch nachgehen, wo es ankommt. Ich gehe dann einfach mal rüber. Heute will der Saarländer Wissenschaftlern und Öffentlichkeit seine Fähigkeit beweisen. Beim jährlichen Psi-Test der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz die Skeptiker. Es geht darum, einfach der Öffentlichkeit zu zeigen, wie man solche Behauptungen testen kann, solche Ungewöhnlichen, dass man sie überhaupt sinnvoll testen kann und dass man eben auch nicht jedem gleich glauben sollte, eine Behauptung aufstellt, er kann dieses oder jenes. Das Los entscheidet, ob die Stromkabel eingesteckt werden oder nicht. 50 Versuche gibt es. Bei mehr als 40 Treffern hat Mörsdorf die erste Testphase bestanden. Strom ist schwer. Dementsprechend muss ich mich jetzt konzentrieren und ganz feinfühlig sind. Nach zehn solchen Durchgängen endlich die Auflösung. Auf paranormale Fähigkeiten scheint die Trefferquote von Alexander Mörsdorf aber nicht hinzudeuten. 21, 22, 23, 24, 25, 26 Treffer. Und das ist exakt das, was man erwarten würde, wenn es ein reines Zufallsergebnis wäre. Heißt also, Test nicht bestanden. Das sieht Mörsdorf auch ein. Ich kann aber beweisen, draußen, unter der Erde, so finde ich alles. Es ist vermutlich seine lange Berufserfahrung, die ihn unterbewusst oft richtig liegen lässt. Wenn er das Teil senkrecht hält, dass der Stiel waagrecht abgeht, dann genügt ein winziges bisschen Kippen, was er möglicherweise selbst gar nicht merkt, und der Stiel schlägt aus. Beim Nachweis paranormaler Fähigkeiten hätte Mörsdorf 10.000 Euro mit nach Hause nehmen können. Bisher mussten die Skeptiker diesen Preis aber noch nie vergeben.